Nächster auf dem Programm ist eigentlich ein richtig cooler Reggae-DJ, der D-Roy, der immer im Zuck zum Beispiel seine Veranstaltung macht. I Re Beats ist vielleicht einigen ein Begriff. Vor lauter Plakaten von I Re Beats weiß ich manchmal gar nicht, was noch so für andere Plakate da hängen. Das Blöde ist, ich habe eine Nachricht bekommen, der ist leider doch nicht da. Der ist im Krankenhaus gerade. Der hat mir geschrieben, wir denken mal alle an ihn, dass er schnell wieder gesund wird.